Was geht ab, Leute? Euer Frapses hier. Hey, ganz kurz bevor das Video anfängt. Was ist euer Lieblingsstanz in Fortnite? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich finde den in letzter Zeit übertrieben fresh. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie gesagt, schreibt es gerne unten rein. Und heute hier in dem Video, Freunde, geht es auf jeden Fall um die ganzen Exklusiv-Skins, die es sozusagen in Fortnite gibt und ich werde sie euch dann nach und nach zeigen. Ich finde das auf jeden Fall ein cooles Video. Ich besitze so gut wie zu 99%, soweit ich weiß, alle Exklusiv-Skins, die es jemals gab und es gibt ja noch einen, der kommen wird und zwar das Honor View 20 Telefon muss man dafür besitzen und das habe ich mir bestellt. Das kommt zwischen dem 1. und 2. Februar und dort werde ich dann auch direkt ein Video für euch raushasten, wo ich euch das Ganze dann auch zeigen werde. Und ja, an sich eine mega coole Idee und mega coole Geschichte. Ich werde euch die ganzen Skins hier ingame zeigen, das heißt hier, so wie ihr sie sehen könnt und dann werde ich ein bisschen was darüber erzählen. Da würde ich auch schon sagen, Freunde, wir starten einfach mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So Leute, wir fangen auf jeden Fall klein an und arbeiten uns dann sozusagen nach oben. Wir fangen von den seltenen Skins an bis hin zu den legendären Skins. Es gibt leider keine grünen Skins, die kostenlos waren bzw. als Exklusiv-Paket rausgekommen sind und deswegen würde ich sagen, wir fangen mal hier, wie gesagt, mit diesem Skin an. Den kennt, denke ich mal, jeder von euch und zwar ist es die Blaumütze. Die Blaumütze haben wir damals zuallererst bekommen, als wir das Playstation Plus-Paket erhalten haben. Das gab es damals dann halt kostenlos für die Leute, die Playstation Plus besitzen und Fortnite spielen. Das Paket an sich wurde dann halt recht beliebt. Viele Leute haben sich das dann gekauft und ihr müsst es euch vorstellen, zu dieser Zeit war es dann so, als ob 9000 Leute in eurer Lobby waren mit diesem Skin hier. Es war halt gefühlt 60% der Lobby komplett mit diesem Charakter und jeder hat sich dann darüber aufgeregt. Ich denke mal, jeder von euch kennt die Memes von damals oder jeder, der halt YouTube und Fortnite natürlich aktiv verfolgt hat, der weiß, dass diese Skins einem übelst auf den Sack gegangen sind und das ist auf jeden Fall mit einer der ersten Exklusiv-Skins gewesen, die wir damals erhalten haben, wenn nicht sogar der allererste exklusive Skin. Und man muss dazu gestehen, dass wir den auf jeden Fall derzeit nicht bekommen können und der ist auf jeden Fall jetzt super selten bekommen, da hat den halt nur Spieler bekommen, die in der Season 2 am Start waren, weil dieser Exklusiv-Skin in der Season 2 rausgekommen ist. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und auch auf jeden Fall gut zu wissen, dass der so super selten geworden ist. Kommen wir aber jetzt mal direkt zum nächsten Skin. Beim nächsten Skin, Freunde, handelt es sich auf jeden Fall um den Reflex-Skin. Diesen haben wir bekommen, wenn wir ein Nvidia-Gerät gekauft haben. Was heißt Gerät, Freunde? Es war eine Grafikkarte. Wenn wir eine Nvidia-Grafikkarte gekauft haben, dann konnten wir hingehen und haben dann einen Code bekommen und diesen haben wir eingelöst und dann könnt ihr ja sehen, welchen Skin wir bekommen haben. Der Skin wurde mitgeliefert mit einem Gleiter und mit einer Schwitzhacke, die jetzt aber irrelevant sind, weil ich euch heute in dem Video nur die Skins vorstellen werde und später werde ich euch dann auch die Exklusiv-Spitzhacken zeigen, denn da gibt es beispielsweise mehr als Skins. Das ist auf jeden Fall auch mega interessant. Und ja, der Skin ist auf jeden Fall jetzt nicht so krass selten, aber ist auf jeden Fall seltener als die ganzen Skins, die man damals bekommen hat, wie beispielsweise Royal Bombo oder sowas. Und an sich finde ich den Skin auf jeden Fall super geil. Ich spiele auch in letzter Zeit sehr aktiv mit ihm und jeder, der meine Videos verfolgt, wo Gameplay dabei ist, dann könnt ihr immer sehen, dass dieser eigentlich dabei ist. Auf jeden Fall auf jeden Fall ein mega geiles Ding. Meiner Meinung nach, ihr könnt auf jeden Fall selber nochmal entscheiden, wie ihr das Ganze findet. Kommen wir nochmal jetzt direkt zum nächsten Skin. Bei diesem Skin, Freunde, gibt es leider nicht viel zu sagen. Es ist halt der Playstation Plus Skin, der jetzt derzeit aktuell am Start ist. Das sollten jeder von euch eigentlich kennen. Und ich werde jetzt auch nicht so krass auf den eingehen, deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal direkt zum nächsten Charakter. Ist aber halt auch ein exklusiver Skin. Dann, Leute, haben wir diese nette Dame hier im Hintergrund. Und diesen Skin haben wir damals im Twitch-Prime-Paket Nr. 2 erhalten. Und das war auch so gut wie das letzte Twitch-Paket, was wir in Fortnite hatten. Danach gab es keine Kollaboration mehr zwischen Twitch und Fortnite, beziehungsweise Twitch und Amazon. Denn, ihr wisst selber, man muss ja ein Amazon-Abo bei Twitch abschließen, um diesen Skin hier zu bekommen. War halt das Twitch-Prime-Paket Nr. 2. Dann gab es viele Teaser auf das Twitch-Prime-Paket Nr. 3, aber das ist nie erschienen. Und ich muss auf jeden Fall auch dazu sagen, dass es jetzt nicht so ein krasser Skin ist. Es ist halt, ja, 0815. Das hat mir jetzt nicht so krass gefallen. Dann kommen wir einfach mal direkt zum nächsten Charakter. Das wäre hier der Ehrenbruder Royal Bomber. Das ist natürlich einer der heftig gehyptesten Skins gewesen. Jeder wollte ihn damals haben. Man hat ihn natürlich erst bekommen, wenn man eine Konsole gekauft hat, entweder die Slim oder die Pro. Und dann hat man da einen Code mitgeliefert bekommen, wo ihr den halt dann einlösen konntet. Und dann habt ihr halt diesen Skin bekommen. Das krasse war, danach kamen halt Controller raus, wo auch ein Code drin war. Das heißt, ihr habt euch einen neuen Controller gekauft. Und dann habt ihr einen Code erhalten, mit dem ihr dann diesen Skin freischalten konntet. An sich eine mega coole Sache. Und man muss auch natürlich dazu gestehen, dass der Skin auch recht cool ist. Mittlerweile ist er ein bisschen ausgelutscht. Ich spiele ihn jetzt nicht mehr so gerne. Aber es ist auf jeden Fall noch eine riesengroße Erinnerung, beziehungsweise ein mega geiles Ding, muss man so schon hier an der Stelle lassen. Dann haben wir hier den Gipfelstürmer. Das ist auf jeden Fall das letzte Starter-Paket gewesen, bevor das Neueste rauskam. Das ist natürlich auch ein Exklusiv-Skin, der nicht mehr in den Shop kommen wird. Ich denke, dazu brauche ich nichts zu sagen, da er halt sehr recht aktuell ist. Und jeder von euch hat, denke ich mal, den Ehrenbruder hier mitbekommen. Hier im Hintergrund haben wir auf jeden Fall den seltensten Skin in Fortnite, wenn ich so sagen dürfte. Und zwar hat man diesen Skin erhalten, wenn man sich das Note 9 oder das neue Galaxy Tab gekauft hatte. Und dann darauf drei Runden Fortnite gespielt hat. Und ihr wisst selber, Leute, das ist einer der gehyptesten Charakter gewesen. Überall YouTube Deutschland war voll gefüllt. YouTube weltweit war eigentlich voll gemüllt mit Galaxy Skin. Jeder wollte den Galaxy Skin haben. Jeder hat über den Galaxy Skin geredet. Und der Galaxy Skin ist mit der seltenste Exklusiv-Skin, den wir je bekommen konnten. Und jetzt wird halt demnächst am 1. und 2. Februar ein noch krasserer rauskommen. Und den werden noch weniger Leute besitzen. Das werde ich aber euch dann erklären, wenn der Skin draußen ist. Und es wird auf jeden Fall ein mega geiles Ding. Ich würde sagen, ich brauche auch zum Galaxy Skin nicht viel zu sagen. Kommen wir doch mal direkt zum nächsten Skin. Das, Leute, ist auf jeden Fall der Vorgänger vom Gipfelstürmer-Paket gewesen. Das ist auch ein Starter-Paket. War halt so ein Pilot, sage ich mal. War recht cool, muss man schon hier an der Stelle sagen. Über die Starter-Paket-Skins kann man sich ja gar nicht beschweren. Ist auch recht exklusiv. Und man muss auch schon ein bisschen älterer Fortnite-Spieler sein, um diesen Skin hier zu besitzen. Ich glaube, Season 4, wenn ich mich nicht irre. Und 3 Seasons sind schon gefühlt, ja, so um die 9 Monate her. Also ist es schon eine krasse Zeit, wenn ihr diesen Skin hier besitzt. Dann seid ihr auf jeden Fall sehr aktive Fortnite-Spieler. Als nächstes haben wir den Double-Helix-Charakter am Start. Das, Freunde, ist auf jeden Fall ein exklusiver Nintendo-Skin. Diesen Skin gibt es derzeit sehr, sehr selten. Denn alle Fortnite-Nintendo-Switch-Konsolen sind ausverkauft. Und die findet man sehr, sehr schwer. Ich persönlich habe nur für den Code 70 Euro bezahlt, als ich ihn mir zugelegt habe. Und es ist auf jeden Fall richtig schwer, den zu finden, wenn man ihn nicht direkt am Anfang gefunden hat. Und ich muss ehrlich gestehen, ich finde diesen Exklusiv-Skin sehr cool. Es ist was komplett anderes. Klar, diesen Skin gibt es in einer grünen Version, also in so einer grünen-schwarzen Version. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein cooles Ding, muss man hier an der Stelle sagen. Und ich feiere diesen Skin. Auch das Rücken-Accessoire ist geil. Der Gleite war geil. Und an sich, das komplette Paket ist einfach mega geil, meiner Meinung nach. Aber das ist nicht der letzte Exklusiv-Skin gewesen. Kommen wir doch mal direkt zum nächsten Exklusiv-Skin. Das hier ist auf jeden Fall der Starter-Paket-Skin von der jetzigen Situation. Ist auf jeden Fall heute offiziell rausgekommen. Dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Deswegen würde ich sagen, wir kommen direkt mal zum nächsten Exklusiv-Skin. Hier haben wir auf jeden Fall im Hintergrund den blauen Raser, beziehungsweise das Playstation-Plus-Paket Nr. 2. Und das, was wir jetzt beispielsweise erhalten haben, also der matte Skin, der ist ja das, wenn ich mich jetzt nicht irre, das vierte Paket. Davor gab es noch ein Paket mit einem Gleiter und einer Spitzhack und einem Contrail. Und das war halt sozusagen der zweite. Das kam dann direkt im Anschluss der nächsten Season, also Season 3, hat man diesen Ehremann dann bekommen. Man muss dazu sagen, dass ich den jetzt nicht so cool finde. Ich denke mal, ihr findet ihn jetzt auch nicht so fresh. Ich finde, es gibt viel bessere Skins. Der passt irgendwie nicht dazu. Hätten sie einen anderen Charakter genommen, wäre es vielleicht ein bisschen interessanter. Aber an sich ist es leider nicht so ein krasser Skin. Aber dennoch ist er selten. Es gibt ihn nicht mehr so oft, wie wir es kennen, Freunde. Und ja, an sich ein Skin, der eigentlich ganz in Ordnung geht. Dann haben wir hier den Ace-Skin im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall der Starterpaket Nr. 3 gewesen. Kam damals auch zu der Zeit raus, wo dieses Bankrom-Event rausgekommen ist. War auch ein cooles Paket mit einer coolen Tasche. Den Skin an sich feiere ich leider nicht. Ich habe ihn mir halt einfach nur gekauft, weil es irgendwann exklusiv sein wird. Und ihr wisst selber, Leute, beim Starterpaket-Skin kann man nie was falsch machen. Da kriegt man immer mehr zurück, als man reingesteckt hat. Und ja, dazu brauche ich, denke ich mal, auch jetzt nicht viel zu sagen. Dann, Leute, haben wir den allerersten Starterpaket-Skin am Start. Der ist auf jeden Fall super, super, super selten. Und man gehört schon sozusagen zu den OGs, wenn man diesen Skin hier besitzt. Denn das Ganze war auch zwischen Season 2 und 3 am Start. Irgendwo Mitte Season 2 oder Ende. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber man ist auf jeden Fall ein krasser OG, wenn man diesen Skin besitzt. Dann ist man schon mindestens 4 Seasons dabei. Und man muss auch dazu gestehen, der sieht eigentlich ganz cool aus. Ich finde den hier, ich würde sogar sagen, am freshesten. Und danach kommt der jetzige Starterpaket-Skin, also der hier. Und ich finde den auf jeden Fall super fresh. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Aber mir gefällt der Charakter. Dann, Freunde, haben wir hier diesen Skin. Und zwar ist es vom Twitch-Prime-Paket Nr. 1. Das ist auch super selten. Es hat natürlich noch eine andere Variante, die ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen werde. Und zwar den Havoc. Den hat man sich damals halt sozusagen zugelegt. Und hat halt dann, also damals, als man das Twitch-Prime-Abo abgeschossen hat, hat man zwei Skins erhalten. Fand ich auf jeden Fall mega geil. Und die Skins sind super geil. Wenn ihr meinen Banner gesehen habt, also von meinem YouTube-Kanal, dann seht ihr da ja auch diesen Ehrenmann. Der ist auf der linken Seite vertreten, weil ich den Skin damals einfach mega cool fand. Und ihn immer noch cool finde. Aber ich finde, jetzt im Moment gibt es viel bessere Exklusiv-Skins, mit denen ich gerne spiele. Deswegen spiele ich ihn in letzter Zeit nicht. Aber das war auf jeden Fall das Twitch-Prime-Paket Nr. 1. Und ist auf jeden Fall mit eines der seltensten Skins, so in Fortnite, die so existieren. Weil damals zu dieser Zeit hat hier nicht jeder sich abgeholt. Und das war auch zwischen der Season 3 und 4 irgendwo da dazwischen. Und man muss dazu natürlich sagen, dass es halt nicht sehr viele Leute gemacht haben. Dann haben wir auf jeden Fall die Ready-Di-Welt-Charakter. Die sind auch exklusiv. Die wird es auch irgendwann nicht mehr geben. Beziehungsweise die gibt es ja noch nicht mehr. Es gibt nur vereinzelte Fälle, wo man die sich absnacken kann. Aber so an sich sind die nicht mehr verfügbar. Das heißt, man kann sie nicht abholen. Davon gibt es auch eine weibliche Variante. Das wäre dann die hier, Freunde. Und ich muss schon dazu sagen, dass die mega fresh ist. Jetzt in Zukunft wird hier auf jeden Fall noch ein Gleiter und eine Spitzsacke kommen, die auch exklusiv sein werden. Das heißt für euch, falls ihr Ready-Di-Welt noch nicht besitzt, legt es auf euch auf jeden Fall zu. Ihr macht wirklich gar keinen Fehler damit. Und es teilt sich auf jeden Fall mit den V-Bugs übertrieben aus. Dann kommen wir zu einem Charakter, den ich persönlich mega cool finde. Das wäre der Xbox-Exklusiv-Skin. Den sieht man ehrlich gesagt auf der Playstation gar nicht. Auf dem PC auch nicht. Denn dazu muss man einen Xbox besitzen, muss diesen Code dann sozusagen eingeben und kann den sich dann sozusagen snacken. Hier von diesem Skin finde ich persönlich die Spitzsacke mega geil. Denn diese Spitzsacke ist die Omega-Spitzsacke, nur in einer anderen Variante. Und das feiere ich einfach daran. Und ich finde es auf jeden Fall cool. Und der Skin an sich ist auf jeden Fall lohnenswert. Und wer diesen Skin sich ja zulegt auf der Xbox, bekommt ihr Ready-Di-Welt kostenlos. Und wenn ihr Ready-Di-Welt besitzt, bekommt ihr 2000 V-Bugs oben drauf. Das heißt, ihr bekommt bei diesem Paket dann insgesamt 4000 V-Bugs. Das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Sache. Dann kommen wir auf jeden Fall zu dem Frost-Legenden-Paket. Und ich denke mal, jeder von euch kennt die. Die kann ich euch ja auch nochmal ganz easy peasy zeigen. Die sind einmal der Rabe, dann der Liebesranger und die Rote Ritterin. Ist auf jeden Fall auch alles exklusiv. Gibt es soweit nicht mehr. Es wird auf jeden Fall eine erweiterte Version davon kommen, wo man sich dann nochmal die Spitzsacke und den Gleiter abholen kann, der jetzt in Zukunft reinkommen wird. Und dann, vor allem brauche ich dazu auch, denke ich mal nicht zu sagen, da die ja brandheiß und aktuell sind eigentlich. Und dann als allerletzten Exklusiv-Skin habe ich hier den Eisbiss-Charakter. Und man muss dazu sagen, dass der Eisbiss-Charakter auch cool ist. Das Paket an sich war auch nice. Man hat 25 Euro bezahlt und hat auf jeden Fall so Skins und V-Bugs im Wert von über 50 Euro bekommen. Fand ich auf jeden Fall mega geil. Und da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und ihr könnt schon sehen, alles, was ich hier so als Favorit markiert habe, sind Exklusiv-Skins. Und man muss dazu auf jeden Fall sagen, dass es mega krass ist, wie viel es eigentlich davon gibt. Und jeder, der natürlich alle besitzt, kann auf sich selbst stolz sein. Der hat dann halt sozusagen alle Exklusiv-Skins, die es in Fortnite gibt. Wenn ich hier irgendeinen Exklusiv-Skin vergessen habe, dann könnt ihr mich natürlich unten in den Kommentaren darauf aufmerksam machen. Aber soweit ich mich jetzt erinnern kann, sind die eigentlich alle aktuell. Und das soll es mit dem Video gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne mal einen Daumen. Da vergesst auf jeden Fall nicht, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne meinen Support-O-Creator-Code eingeben. FRPZ-YT wäre auf jeden Fall eine mega geile Geschichte. Und dann würde ich mich jetzt hier an der Stelle verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Freunde, haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips. Ciao.